Der CDU-Kreisverband Reutlingen hat jetzt auf seinem Parteitag einen neuen Vorstand gewählt. Der Kreisvorsitzende Manuel Heilfinger wurde mit 93,14 Prozent in seinem bisherigen Amt bestätigt. Auch die Stellvertreter Silke Kurz, Christian Mayer und Dominik Ohli wurden wiedergewählt. Die Delegierten verabschiedeten außerdem einstimmig ein vom Vorstand eingebrachtes Eckpunktepapier über Einwanderung und Asylrecht. Man bräuchte eine Obergrenze und klare Regeln für die Zuwanderung, sagte Manuel Heilfinger.